Was sind eigentlich Proxys? Das Wort Proxy kommt aus dem Englischen und bedeutet Stellvertreter. Er leitet Anfragen des Clients stellvertretend an den angefragten Server weiter und vermittelt dabei sowohl Client als auch Server, dass sie mit dem jeweils anderen Verbindungspartner verbunden seien. Testen wir es anhand eines Beispiels. Es gibt im Internet hunderte Seiten, um öffentliche Proxys auf der ganzen Welt zu finden. Ich habe mir hier einfach zufällig zum Testen einen in Frankreich ausgesucht. Zuerst begebe ich mich auf eine Webseite, welche mir ausgibt, mit welcher IP ich sie erreiche und wo ich mich befinde. Mit den Standardeinstellungen in Firefox wird mir angezeigt, dass ich aus Deutschland komme. Ist ja soweit korrekt. Nehmen wir aber an, ich möchte nicht, dass man sieht, dass ich aus Deutschland komme. Dazu trage ich den ausgesuchten Proxy einfach in den Firefox-Einstellungen ein und lade die Seite neu. Und siehe da, wir kommen nun aus Frankreich. Kommen wir nun zu den zwei Hauptfunktionen eines Proxys. Zum einen kann ein Proxy auf die Anwendungsschicht und somit auf die siebte Schicht des OSI-Schichtenmodells zugreifen. Das heißt, dass er in das Paket hineinschauen kann und den Inhalt des Paketes analysieren kann. Zudem kann er den Inhalt verändern und somit dazu genutzt werden, unerwünschte Inhalte wie Vian, Malware oder ähnliches auszusortieren. Wer nicht weiß, was das OSI-Schichtenmodell ist, kann gerne mal in die Beschreibung schauen. Da sind einige Videos sowie Informationszeiten dazu verlinkt. Kommen wir aber zurück zu Proxys, denn es gibt noch eine zweite Hauptfunktion, welche nützlich sein könnte. Ein Proxy ist nämlich dazu hilfreich, die Antworten des Servers, welche ein Client häufiger anfragt, zu cachen. Das heißt, die Daten zwischenzuspeichern, um sie bei der nächsten Anfrage des Clients direkt bereitstellen zu können. So könnte zum Beispiel die Startseite von Google im Proxy-Cache zwischengespeichert werden, um bei einem erneuten Aufruf eine geringere Ladezeit zu ermöglichen. Natürlich gibt es nicht nur eine Art von Proxys, sondern gleich mehrere. Das wäre ja auch sonst zu einfach gewesen, oder? Die zwei wichtigsten Typen sind der Standard- und der Reverse-Proxy. Der Standard-Proxy steht stellvertretend für den Client und überprüft für ihn die Inhalte seiner Verbindungen und speichert für ihn zum Beispiel häufig genutzte Webseiten ab. Der Client schickt dabei eine Verbindung an den Server, welcher am Proxy übernommen und analysiert wird. Danach beginnt der Proxy im Namen des Clients eine Verbindung mit dem Server aufzubauen und schickt die übrig gebliebenen Pakete weiter. Die Antwort des Servers wird wieder analysiert, danach eventuell gecached und letztendlich nutzt der Proxy seine Verbindung zum Client, um die Daten an ihn zurückzusenden. Der Reverse-Proxy funktioniert im Gegensatz dazu genau andersherum und steht vor mehreren Servern, normalerweise Web-Servern. Das heißt, der Client baut die Verbindung über das Internet mit zum Beispiel der Domain google.com auf. Sie steht jedoch nicht direkt für den Server, von welchem wir die Antwort bekommen, sondern für einen Proxy. Dieser analysiert wieder die Pakete unserer Anfrage und dient nun als Load-Balancer. Das heißt, er baut die Verbindung zu dem Web-Server auf, der bei Google gerade am wenigsten zu tun hat oder für uns am besten geeignet ist. Wenn du mehr zum Thema Load-Balancing wissen willst, empfehle ich eine kurze Google-Suche. Die Seite des Electronic-Kompendiums eignet sich beispielsweise sehr gut. Nun aber zurück zum Thema. Der jeweilige Web-Server schickt den Proxy nun also die Google-Start-Seite und dieser nutzt die Verbindung zu uns und schickt uns die Pakete durch das Internet zurück. Vielleicht kennt ihr Proxys aber auch aus einem anderen Grund. Sie sind mittlerweile auch durch Negativ-Schlagzeilen, durch zum Beispiel den Proxy-Client Tor, in die Nachrichten gelangt. Diese Proxy-Arten sind sogenannte anonyme und hochanonyme Proxys. Anonyme Proxys verschleiern die IP-Adresse des Clients, arbeiten aber ansonsten wie ein Standardproxy. Und ein hochanonymer Proxy verschleiert die IP-Adresse und gibt dem angefragten Server zudem vor, eine öffentliche Nicht-Proxy-IP zu besitzen. Der bekannteste Dienst dafür ist der bereits erwähnte Tor-Client. All diese Proxy-Typen arbeiten protokollspezifisch. Das heißt, dass sie für jedes einzelne Protokoll, wie zum Beispiel HTTP oder FTP, einen eigenen Proxy benötigen. Jedoch gibt es auch eine Art von Proxys, welche nicht auf ein bestimmtes Protokoll angewiesen ist. Ein Circuit-Level-Proxy kann zwar den Inhalt von Paketen nicht analysieren, jedoch kann er die Schichten 3 und 4, also die Vermittlungs- und Transportschicht, sowie mit einem speziellen Dienst auch die fünfte Schicht des OSI-Schichtenmodells benutzen. Somit ist es ihm möglich, neben der Überprüfung von Adresse- und Porta-Pakete auch eine Authentifizierung durch beispielsweise ein Passwort zu ermöglichen. Man kann also sagen, dass er ähnliche Berechtigungen wie ein Paketbote hat. Er kann sich die Adresse des Absenders und die des Empfängers ansehen und kann zudem bei der Lieferung eine Unterschrift, also die Authentifizierung des Empfängers, verlangen. Kommen wir nun zu Vor- und Nachteilen von Proxys. Als erstes ist hier der Cache oder der Zwischenspeicher zu erwähnen, welcher sowohl Ladezeiten als auch Kosten durch geringeren Internetzugriff sparen soll. Jedoch ist dies mittlerweile durch Flats, welche unbegrenzten Internet-Traffic erlauben und schnelle Verbindungsgeschwindigkeiten durch beispielsweise Glasfaser, welche mittlerweile fast Standard sind, eher weniger wichtig und wird deshalb fast nur noch als Viren- und Inhaltsfilter, also als Erweiterung zur Firewall oder auch als Loadbalancer genutzt. Klammern wir diesen Vorteil also mal aus. Die Nachteile beginnen damit, dass die Inhaltsfilterung durch Proxys sehr aufwendig und komplex ist und zudem noch möglichst häufig aktualisiert werden muss. Weiterhin sind die meisten Softwarelösungen für Proxys nicht transparent. Das heißt, dass man höchstwahrscheinlich zusätzlich zur Einrichtung des Proxys auch noch am Client bzw. dem Server Einstellungen vornehmen muss, um den Proxy-Reibungshaus zu betreiben. Zudem unterstützt weder jede Anwendung noch jedes Protokoll Proxys und durch die Möglichkeit von anonymen Proxys werden diese leider auch häufig für illegale Zwecke, wie zum Beispiel das Ansehen von Kinderpornografie, genutzt. Das war's mit diesem Video. Wenn ihr noch generelle Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder informiert euch in den hier aufgeführten Quellen, die übrigens auch nochmal in der Beschreibung stehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir sehr über eine positive Wertung freuen, weil es echt viel Arbeit war, das Ganze zu machen. Schreibt aber auch gerne eure eigene Meinung zu dieser Art von Videos in die Kommentare und lasst mich wissen, ob ich sowas vielleicht nochmal machen soll oder ob ihr gerne sowas nochmal sehen würdet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!